Ich bin Kerstin Zbinden. Wir sind hier im Vollen Wider Schokoladier in Winterthur an der Stadthausstrasse 20. Wir haben immer noch sehr viele alte Rezepte und Traditionen, die wir mit viel Freude weiterführen. Qualität ist Nummer 1 und wenn möglich Nummer 2 ist immer regional lokal. Wir arbeiten mit kleinen Schokoladierproduzenten, die sehr bewusst auf Konfliktfreie und auch mit Kinderarbeit Schokoladier beziehen. Wir haben auch eine Bioshocklinie, die wir für sehr viele brauchen. Uns ist auch die Nachhaltigkeit natürlich ein sehr wichtiges Thema schon länger. In der Verpackung zum Beispiel haben wir schon lange geschaut, dass wir wirklich die Verpackung, wenn möglich, von Europa, von der Schweiz, Österreich, Deutschland, Frankreich, Belgien beziehen. Wir haben jetzt viele von unseren Plastiktaschen aus dem Sortiment genommen, mit Papier oder abbaubarem recyceltem Plastik ersetzt. Gerade ausserhalb der Altstadt haben wir ein Gebäude gefunden, wo wir wieder die ganze Produktion unter ein Dach bringen konnten. Schokolade, Patisserie, Teig, Konditorei, Mitladen und auch alle Büros unter einem Dach. Das Jahr hat 365 Tage und jeden Tag gibt es etwas anderes zu probieren. Ein Tag ist es unser Vanillemakaron, am nächsten Tag ist es unser Karamell drauf. Unsere Glasse ist der Hammer, Haselnuss Glasse, das Besten über alles. Die Giraffen verurte natürlich, die machen wir schon seit drei Generationen. Es gibt jeden Tag etwas anderes, um den Tag zu versüssen, wo ich mich erneut drin verlieben darf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.